Musik Hallo Leute, wir sind in Urlaub in Holland und ich zeig euch jetzt unser Haus. Kommt! Wenn man hier vorbeikommt, sieht man hier den Tisch, da kann man draußen essen, wenn man will. Hier im kleinen Haus sind die Stühle, das sind auch Liegestühle. Wenn man jetzt ins Haus kommt und wenn man jetzt reingeht, das ist nebenan die Toilette. Hier ist eine Ablage, da kann man Shampoo, Creme, Zahnpasta, Zahmbiss reinmachen. Hier ist das Waschbecken und hier ist die Toilette. Hier kann man die Handtücher drauflegen und hier ist die Dusche. Und jetzt nebenan das zweite Zimmer ist das Elternzimmer. Hier ist ein kleiner Schränke, wenn man das jetzt hier sieht. Hier ist das Bett. Wenn man jetzt weitergeht, ist hier die Couch und hier ist das Fernseher. Hier ist der Tisch, da kann man Trinken machen, die Fernbedienung, wenn man das nicht vergisst. Hier ist das Esstisch und hier ist die Küche mit Spülmaschine, Kaffeemaschine, Mikrowelle und Besteck-Synuzid. Und hier ist auch der Schrank, da haben wir auch noch ein paar Dinger rein schon gemacht. Wenn man weitergeht, sieht man hier mein Zimmer. Hier, das ist zwei Stückisches Bett. Wenn man zum Beispiel eine Schwester hat, dann kann ich jetzt zum Beispiel hier schlafen. Guck mal hier. Und hier ist der Kälterschrank. Und hier ist auch noch ein kleiner Stuhl dabei. Und hier ist auch noch eine Ablag. Hier sind lauter solche Häuser rundum. Und hier ist auch für die Kinder eine Lokomotive, da kann man rumfahren. Und hier ist auch eine Schneise, da kann man essen gehen. Hier ist auch ein Restaurant. Hier gibt's Pizza, Hamburger, Pommes und und und. Auch Frankreichs. Hier ist auch Family Fun, da kann man spielen für die Kinder. Und hier ist auch ein Waschhaus. Da kann man waschen, wenn man jetzt Schmutz oder Flecken gemacht hat. Hier ist auch ein Supermarkt. Da kann man Brötchen kaufen zum Frühstück. Hier ist auch ein Meier. Das sind auch Küche. Aber die verstecken sich jetzt. Und jetzt gehen wir ins Schwimmbad. Jetzt kann ich jetzt schön schwimmen! Ja, einmal dann und kommen wir mal. Bis zum nächsten 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 Mal. Schreibt da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr mehr von mir wissen wollt, schreibt es unten in die Kommentare. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.